Oh, nimm noch mehr in den Mund, Mann. Stopf deinen Mund so richtig voll. Gabel doch. Mehr. Schluck du Luder, nicht spucken. Ganz ruhig, erst essen, dann lachen. Alles kalt. Ich kenne nämlich nicht die Regeln bei einer YouTuber-Beerdigung. Ob man die disliken muss oder sowas, ich habe keine Ahnung. Das war geil, ey. Was kuckst du denn? Ich hatte Kuchenessig gerade ganz einfach, bis wenn man Essen fertig ist. Was für ein Kuchen. Nusskuchen. Nuss. Ja, aber was für ein Nusskuchen? So ein Springform-Ding oder? Ja, so als Schnecke habe ich die gemacht jetzt. Hast du gemacht? Du hast gebacken? Ja, ausnahmsweise mal. Oha. Solange das Nuss nur ist und Kuchen, dann ja. Alles andere, nein. Ich komme vorbei. Ja. Oh, scheiße. Ich mache übrigens diese Woche noch Lasagne. Wahrscheinlich Wochenende. Oh, 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 oh. Leute, ich komme vorbei. Ich komme, ne? Und Pickel kommt auch. Oh ja. Ich komme gerne. Kein Problem, wir haben genug Auflaufformen hier, da können wir die ganze Nachbarschaft mit versorgen mit dem Essen. Ah. Luna war viel zu schnell? Vielleicht ein kleines bisschen und das Ruckeln hat es auch irgendwie... Au! Ja, du gehst ja nicht da dran, da war der Papa! Das will Luna. Also weißt du... Luna war gerade... Das war nicht so, oder? Ich sagte so Luna. Also Luna, ich hab Luna. Wut, 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 wut! Ja! Ja! Juna! Guck, guck, guck. Mach kaum, oder wat? Nein, aber hast du gesehen, was Juna gemacht hat? Und sie hat nur mal was Juna gemacht hat. Ja, guck mal! Ich wollte dagegen knallen, aber... Ja. Sie wollte dann dagegen knallen. Tja, sie wollte mal wissen, wie sich das anfühlt. Und was? War schön? War schön? Hat's ihnen gefallen? Wolltest du mehr davon? Dann rufen sie mich an. 090. Du bist so durch, ey. Sex war die Sex. Und was ist? Da, 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 da! Da, 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 da! Geil! Tja, 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 was habt ihr erwartet? Nach wie lange? Drei Monaten? Oh, länger. Länger. Ja. Wo wir jetzt wirklich alle dreimal zusammen waren? Oh, ja. Drei Monate? Mit Sicherheit. Tja, was erwartest du noch drei Monate mal? Länger mit uns allen wieder getroffen zu haben. Ja. Hallo? Mal, äh, ich glaube, Ende Februar? Ja, als wir Raft aufgenommen haben. Das wird man auch wieder mal weiter spielen, ne? Da muss man nämlich auch noch rankriegen. Ja, nämlich kriege ich schon ran. Da muss ja nur mit uns ja... Den kriege ich schon ran, dann doch. Den kriege ich nicht. Hm. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Sie kriegt ja nur ran. Wie? Ja, ich kriege den ran, aber sowas von. Den nimmt sie ran. Doch, doch, ja. Den nehm ich mir sehr hart ran, ja? An der Brust. Oh, ne. Ja. Ach, schön. Tja. Er hat doch selber genug Brust, da musst du ein bisschen noch was anzulecken. Nein. Oh, yo. Das wird die. Huch! 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 Ich guck mir das jetzt an, haha. Ich wollte den einen blockieren, da. Aha, 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 hoho, hohoho. Sie wollte es klauen. Das geht mir jetzt japanisch wieder an oder? Hi hao, ki ha ko. Konnichiwa. Das ist chinesisch. Ich weiß. Ich war japanisch, Vogel du. Nein. Boah, Pechschwarz. Wie, meine Seele. Takidaki. Ich müsste eigentlich ein paar Wörter können, koreanisch. Das Problem ist aber, ich lese zu sehr den Untertitel bei den Serien, die ich zurzeit gucke. Baka. Koreanische Serien auf Netflix, weil für mich nichts mehr drin ist, sondern andere Sachen. Oh, Lul. Da müsstest du eigentlich alles aussprechen können. Äh, naja, es geht. Dafür, dass ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, äh, ja. Wuhu. Tadam. Takidaki. 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 das ist normal dann dass man so ist oder nicht oder oder ja natürlich so dass ich den dreimal gedribbelt haben damit der nach vorne jetzt hat man leider nicht gesehen das haben wir leider nicht gesehen das haben wir leider nicht das waren noch zeiten da war das internet noch in ordnung es war langsam aber in ordnung und die nachrichten kamen auch an ja und ich wusste sogar noch meine icq nummer damals in und auswendig diese lange zahlen damals ja ich finde ich heute und die wir zu mir sogar noch habe ich erst vor ein paar monaten getestet nein es gibt heute wieder schade ich muss dann mein ade ich muss jetzt mal gucken was machen alles in ordnung ist ja guck mal ist alles in ordnung ich muss jetzt mal gucken was ich bin 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 ich bin